Die Stammfunktionen von Polynomen sollte sie theoretisch in keine große Sinnkrise stürzen. Stammfunktionen von Polynomen, sprich, unmathematisch formuliert, normale Funktionen aufleiten, läuft so. Also erstmal, was sind Polynome? Polynome sind normale Funktionen, also sowas wie 2x³ plus 5x³ plus was weiß ich, irgendwie sowas. Es können auch negative Hochzahlen sein oder Bruchzahlen, also es kann auch sowas wie x³-3 sein und Brüche, sprich, wenn ich Wurzel x habe, schreibe ich ja Wurzel x als x½, also von da kommen Brüche her. Egal wie es aussieht, immer wenn es die Form hat x³ eine Zahl, funktioniert das folgendermaßen. Also, meine Funktion, von der ich ausgehe, hat die Form irgendetwas mal x³ irgendeine Zahl. Die Stammfunktion davon, das a, lasse ich stehen. Die neue Hochzahl ist 1 mehr, also n plus 1. Und diese neue Hochzahl kommt runter in nner. Das ist auch schon die ganze Regel. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar Rechenbeispiele und dann werden Sie hoffentlich sehen, so wild ist das gar nicht.